Let's Play Minecraft Was wir mit dem Hausbau jetzt so langsam mal anfangen wollten Ähm Ja doch, hier Gucken wir mal ein bisschen draufhauen Weil ich sehe gerade, ich habe eine ganze Menge Kohle im Inventar drin Und gelbe Blumen Aha Genau, und Klar, Kühe und Zuckerrohrfarmen und so weiter Da haben wir schon mal 10 Leder Apropos Zuckerrohrfarmen Könnte ich eigentlich direkt mal hinter gucken, wie weit die Farben ist im Inventar Ja, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen volles Inventar Zumindest für meine Verhältnisse Aber wir brauchen einfach so massig viel Zuckerrohr und Leder Und Zuckerrohr ist jetzt wirklich nicht so Äh Schwer zu bekommen Deswegen Farbe ich das eigentlich gleich mal ab So Ähm Was gibt es Neues? Äh Gibt es überhaupt was Neues? Ich weiß es gar nicht genau Ich glaube es gibt insofern was Neues Dass ich dieses Mal gut gelaunt bin, wenn ich Let's Play aufnehme Was daran liegen könnte, dass das Wochenende ist Okay, das kann gerade leicht, gell? Ich werde es nicht wieder machen Ähm Genau Und dass halt eben bald Assassin's Creed 3 draußen ist Was dann der Kumpel von mir Hoffe ich mal jetzt playen wird Auch wenn er derzeit seine Grafikkarte geschrottet hat Was ein bisschen scheiße ist Ähm Hoffen wir mal, dass die bis dahin wieder okay ist Ich glaube da geht die Sonne gerade unten, oder? Ja Ja So, dann darf ich gleich wieder reinlaufen Ähm Genau Also hoffen wir mal, dass es bis dahin geht Damit Assassin's Creed dann draußen Es so direkt als Played werden kann Weil alles andere wäre Um es mal ganz einfach auszudrücken Beschissen So Moment mal Hey, sind nur zwei Kohle drin Da muss ich noch ein bisschen draufkloppen, sehe ich gerade Ich könnte auch mal wirklich Kohle abbauen Und sich immer noch stehen lassen Merke ich gerade Ich kann noch nachts schlafen Jetzt ist nachts Okay So, ähm Dann würde ich sagen Beginnen wir doch jetzt gleich mal mit dem Hausbau Beziehungsweise entmisten erst einmal Unser Inventar Nämlich sowas kann raus wie Okay, nein Das kann drin bleiben Das war jetzt leichter Fail Aber die Knochen brauchen wir erstmal nicht Leder braucht man nicht Spinnenauge Angel und Fische Eisenbarren Wahrscheinlich erstmal auch nicht Wir begnügen uns einfach mit Ein wenig Holz Einmal, das war vielleicht auch drin Man weiß ja nie Kühe können wir direkt vermehren Seeds Oder da können wir uns auch wieder Die Farmen Müsse das Farmchen Ein wenig erweitern Wo ist nicht hier eine Oh Hier drin Hier drin Kann sein, dass ich da gleich wieder eine neue brauchen werde Weil die schon leicht mitgenommen aussieht Naja Mal gucken So Ähm Nochmal hier schön kräftig Was da ist noch mitnehmen Äh, lol Ah Okay Ja Ist gar kein Problem So Problem gelöst Was natürlich auch kein zwar Aber, ja Scheiß drauf So So Hoppala Ähm Ich glaube ich werde das jetzt einfach Mal weiter nach vorne In die Richtung erweitern Sprich einfach hier noch im Wassergraben ziehen Und da auch noch Und dann haben wir da unsere 24 26 Seeds glaube ich auch schon weg wieder Und ich werde sowieso eine neue Hoe craften müssen So Ähm Eimer Eimer Als ich erstmal das Haus halten werde Ob ich für den Anfang ganz normales Schick aussehenes Haus baue Oder ob ich direkt schonmal vorplane Weil ich ja eigentlich so einen Ja keine Ahnung Eigentlich so ein Riesenhaus machen wollte Wo ich immer wieder ein bisschen was anbaue Also wo es immer ein bisschen mehr ein bisschen mehr Eimer wird Ähm Genau Weil ich das ehrlich gesagt viel cooler finde Als jetzt irgendeinen Kack zu machen So Apropos Kack Kack das mit mir schweigern dass meine Hakel gerade weg ist. Aber ich glaube, ich stelle sowieso meine Crafting-Box rein, so ganz dezent in die Ecke. Und werde da mal ein Teil bauen. Ganz ehrlich mal, also Holz-Hoe geht wirklich nicht schnell kaputt. Also, wer Diamant für eine Hoe benutzt, finde ich persönlich, ist verschwenderisch. Klar, du hast 120 Stück, aber da zock erst mal, weil ich ein bisschen so viele hast. So. Irgendwie hat sich gerade mein Call of Duty neu gestartet. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber okay. Call of Duty Mode Warfare 3 habe ich ja, glaube ich, sogar... Ja, ich habe schon vier Folgen rausgehauen. Mit Let's Play Call of Duty Mode Warfare 3 Co-op. Genau, und ich werde auch wahrscheinlich bald wieder mal welche aufnehmen. Vorausgesetzt, der Kumpel von mir kriegt seinen Grafiktreiber zum Laufen. Äh, Grafiktreiber, oh Gott. Seine Grafik gerade funktioniert dann wieder, hoffen wir das mal, ne? So. So, vermehret euch. Klein, blöde Tiere oder meine Hirnlosen geträumt, wie ich euch gerne nenne. So. Damit ich euch bald wieder abschlachten kann. Ja, ja. Hier können wir auch gleich wieder gucken, dass sich unser künstliches Birkenwäldchen vermehrt. Wunderbar. Vielleicht kriege ich noch ein Setzling raus, das wäre ideal. Also es ist ein Bauplatz fürs Haus. Noch ein Setzling, genial. Zwei Setzlinge. Wo bauen wir das Haus hin, ist die Frage. Weil wir haben hier schon ziemlich viel keinen Platz. Dahinten waren wir auch letztes Mal. Und das sieht so endgeil aus, dahinten. Das ist unglaublich. Für mich persönlich zumindest. Ähm, die Frage ist halt nur, hier ist unsere Farm und so weiter. Lohnt sich das wirklich, das jetzt alles aufzugeben? Gerade jetzt am Anfang? Nur um da dann halt, ähm, unser Ding da zu haben. Ich meine nicht. Deswegen würde ich erst gerne noch ein bisschen hierbleiben einfach. Und ich sag's mal so, So, hier sieht's auch ziemlich geil aus. Kann man hier eine Holzbrücke vielleicht drüber bauen. Also hier drüber das Zuckerrohr da halt eben wegnehmen. Also ich glaub, hier können wir landschaftlich auch sehr viel mit anfangen. Da fände ich dann doch, das doch schon recht cool. So, ganz viele Birkensetzlinge stehen hier rum. Ich soll doch mal normale Bäume vielleicht pflanzen. Ähm, weil ich sag mal so, Tannen werde ich wahrscheinlich erstmal keine pflanzen, weil wir die sowieso zu Genüge haben. Und ich die sowieso nicht leiden kann. Vom Abbauen her einfach. Finde ich, machen die sich immer ziemlich beschissen. Deswegen lasse ich die zu großen Teilen einfach mal so stehen. So, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig jetzt Laub abzubauen, aber ich möchte einfach gerne den Setzling da wieder direkt hinsetzen können. Da war einer. Und vielleicht sogar noch einen mehr. Bei Birkens finde ich das schönste Holz überhaupt, weil du es auch roh verwenden kannst und nicht nur als wooden Planks. Und es da auch sehr hübsch dann aussieht, ne. So, jetzt sehen wir das normale Holz, ein bisschen was mit. Also das da. Und dann beginnen wir schon mit dem Hausbau. So, dann fang ich das heute hinten mal an. Dann können wir gleich schon mal Gedanken machen, mit welchem Stil ich das mache. Also, ja doch, ich glaube, ich werde es einfach so machen, dass ich, ähm, Ding gehe auf, ähm, Turm-Ebene, sag ich jetzt mal. Also einfach so zwei, drei Blöcke hoch, bis eigentlich mehr so ein Klotz. Nur mit dem Unterschied, dass ich den Klotz, äh, weniger Klotz, ich kann ich jetzt nicht sagen, aber dass ich den halt ein bisschen anders baue. Ähm, nämlich so, ja, wie beschreibe ich es am besten? Auf jeden Fall aus Cobblestone und Holz. Eine Mischung. Ja, genau. Und das Ding einfach versuche, so geil wie möglich aussehen zu lassen, ne. Dach, mache ich, glaube ich, ein Flachdach und stelle dann irgendwie was drauf. Aber ich werde es, glaube ich, sehr groß machen. Also, nicht so ein kleines Pissding, sondern schon, ja, mit Umfang. So, wieso auch immer hier kein Schnee überall rumliegt, aber okay. Ich beklage mich nicht drüber, ich mag das sowieso nicht. Ich werde wahrscheinlich dann die, ähm, Seiten komplett aus normalem Holz machen, denke ich mal. Mal gucken. Uh, Apfel. So, jetzt brauche ich aber mal nochmal. Aber, das ist das eine Schlauze,